Was ist die Klinik mit der Hygiene, mit den Überschuhen und mit Desinfizieren? Dann auch das Ambiente hier, die netten Mitarbeiter, die kompetent aus- oder wirkenden Mitarbeiter. Das hat mich überzeugt und auch die Behandlung dann. Ich wollte eine Möglichkeit, einen guten Zahnersatz, günstiger als zu Hause. Und vor allem auch, was mich überzeugt hat, war die Möglichkeit, dass innerhalb von relativ kurzer Zeit immer für alle unterschiedlichen Anwendungen, Röntgen und OP und Zahnersatzstellen dauert alles zu Hause lange. Der eine macht das, der andere macht das. Hier geht es auf einmal und das hat mich überzeugt, dass man da in relativ kurzer Zeit das dann machen kann. Erstaunt. Ich hatte ja wirklich zusammengebissene Zähne vorne. Ich habe mir die selbst zusammengebissen, weil der Biss nicht stimmte. Und jetzt sehen manche Leute mich dann, oh, was ist denn mit dir passiert? Doch, ist bei mir sehr gravierend. Auch mit Professorium schon. Oh, ich sage, das ist eine moderne Zahnklinik auf europäischem oder auch deutschem Standard. Wird hier betrieben, weil es günstiger ist. Wird alles geboten. Also ich sage, es ist einfach Preis-Leistungs-Verhältnis ist gut. Wird alles geboten.